MeinCroft Ähm... Dein. Die Welt sieht arschgeil aus mit Texture Pack und noch dazu... Shaders. Oh Gott. Shaders. Hi Nils übrigens. Charlie. Nehmen die Lava weg, den Rest können die selber machen. Was lavarst du denn? Das versuche ich gerade. Wie viel Lava ist denn da? Ich hab zwei Eimern schon weggemacht. Ja, war's. Ich hab auch zwei Lava Eimer schon. War's. Sind nur zwei. Okay, bin mit Diablo fertig, ich komme. Okay. Juhu. Lol. Durchgespielt. Endlich. So, jetzt frage ich mich. Ähm, wo ist der Zettel mit den Koordinaten von dem Dorf? Die Koordinaten... Die waren irgendwas bei 3500, 7722. Ist es vielleicht der hier? Ähm, nein. Ah, ich hab was Neues rausgefunden. Letztens, als es mir langweilig war, hab ich, ähm, rausgefunden, dass wenn man einen Lava, äh, Eimer... Ein Lama? Ein Lama Eimer. Ein Lama Eimer. Ein Lama Eimer. Wenn man den in den Ofen knallt, dann brennt der für über 1000, äh, 1000, äh, Rationen, ne? Nein. Sobald Eimer angefangen hat zu brennen, brennt der für ewig. Das hätte dir auch gehabt, glaube ich. Nein, tut er nicht. Das musste ich vorher nicht. Tut er nicht. Für wie viele hast du gezählt? Für 100 geht der. 100? Nicht 1000. Dann 100. Ja, er geht halt eben ziemlich lange. Ach, die Null ist unwichtig. Die Null ist unwichtig. Wo ist jetzt das Hell? Sag, das war mein Mathelehrer. Dann hätte ich auch ne Eins in der Mathe, ne Arbeit. Du machst aber keine Eins. Die Null ist unwichtig. Ich. Ja, ja. Das geschah ich wieder. I got a hit. Hopp. Hit it. Boah, Alter, ich bin so fies, Alter. Peppy, Peppy, komm. Peppy, komm mal kurz. Gib's dir. Gib's dir. Kannst doch bitte endlich mal Tag werden. Ich will meinen Shader hier sehen. Nein, lass es doch einfach. Das ist doch lustig. Ich will denen jetzt keinen Konfliktgrund geben. Wir müssen alle zwei Blöcke machen, wenn wir nicht vorsichtig sein. Geh, aber ihr wisst schon, dass es Tag ist, oder? Ja, es ist Tag. Ja. Okay. Ich versuch einen Zettel zu finden. Aber warte mal. Ich muss meine Chunks nochmal hochknallen auf 16. So. Was ist der scheiß Zettel? Hab ich einen... Und ich bau grad das Portal ein bisschen um. Ich weiß, dass ich auf den Zettel noch irgendwas anderes geschrieben hab. Ich wollt irgendwas machen, ich hab's nur grad vergessen. Hier sind schon alle voll verplant, ne? Ein bisschen. Außer ich. Ne, du am allermeisten. Ich hab meinen Plan, nur ich hab nix zu essen. Wow! Stoppist! 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 Ah! Wo ist der scheiß Zettel mit den scheiß Koordinanten? Nein! Gut, mein Kopf ist nicht abgeschmiert. No motion blur. Okay, warte, überlegen wir mal. Ich brauche... Ich brauche einen Wassereimer. So, jetzt brauche ich eine Höhle, die... Ist wirklich Tag? Ist das alles so milchig aus? Sieht... Ja, sieht echt komisch aus, ne? Milch! Ich hab Milch! Die Milch ist auf meinem Kopf! Milch macht das Leben da. Jan ruft mich an. Mach mal ganz kurz. Ja? Oh man, ich wollte mich kurz muten. Ähm... Ja, dann entbanne ich dich kurz, oder? Mach das! Mach das! Was? Jan ist gebannt? Okay, ja, gut, okay. Stimmt ja! Jan ist vom TS-Server gebannt worden. Von Drago, wie wir gestern Magiker aufnehmen wollten. Und haben. Und Jan, euch extrem gestarrt? Ja! Okay, ich hab hier einen Zettel, ich hab hier einen Zettel. Was ist da auf diesem Zettel? Ich mach's doch nicht, Julian soll das machen. Ah, wartet mal kurz. Ich bin zu faul, das zu machen. Das soll Julian machen. Gut, okay, ähm... Peppy, warum ist da grad ein Zombie gewesen? Frag ihn doch höflich. Peppy, wieso ist da bitte ein Zombie gewesen? Nein, du sollst den Zombie fragen. Es ist zum Haare raufen. Boah, ey. Ohne Shader läuft das so ekelhaft, ey. Mit was? Mit was für Untermenschen lebe ich hier? Zwei. Ey, Mann, Nils, wie sagst du bloß 16 Leben? Wurdest du einen Schlag geben? So ungefähr? Warte, ähm, ich muss... Haben wir Getreide, weil ich hol jetzt mal ein paar Schafe. Ja, komm mit, warte, 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 warte. Okay. Ey, hier sind Schweine. Hammer geil, Alter. Direkt über den Hügel sind Schweine. Bringen sie dann gleich mal oben zu mir. Ja, ich... Ja, ich... Wo ist oben? Ähm, Richtung Spawn, da oben auf dem Berg. Ah, okay. Ja, wenn du jetzt nach links gehst, sind das Schweine. Ja, okay, Alex, kannst du mir das Zeug holen, weil dann baue ich schon mal die Zäune weiter für die Tiere. Ja, ich hol grad Karotten. Wohlgemerkt bei Alex. Leute? Ja, mach ich auch grad. Ich find jetzt, äh, doch nicht mehr die Koordinaten von, äh, dem Dorf, aber ich bin gewillt, danach frei zu suchen. Ja, ich würd gern mitgehen, wenn du willst, dich nicht stört. Ich würd auch gern mal mitgehen, ich bin jetzt die ganze Zeit immer bei mir gewesen, ich bin jetzt nämlich fast fertig. Könnt ihr eine kleine Exkursion machen, oder? Gut, ich hab ein Stack Fleisch mit. Ähm, kommst du kurz mit mir hinter den Hügel und holen wir ein paar Schweine? Wer? Ich? Ja, der, der damit mit will. Ich nehm alle Hilfe, die ich gebrauchen kann. Soll ich die da hinten noch holen? Fahr mir grad Kohle ab, weil... Wir haben da hinten ein Pferd, ne? Das da irgendwo rumgammelt. Ist das dein Ding? Ja, das ist meins, aber wir haben nichts zum Anbinden. Ah, okay. Und wir müssen noch einen Sumpf finden, um da, ähm, Slime-Zeugs zu holen. Hm, okay. Los Schweine, folgt eurem Meister. Wer kommt jetzt alles mit? Folgt dem Führer. Ja, ich bin's. Ich bin der Adi. Hey, kennt ihr diese, ähm, Aussage? Los Schweinchen! Kennt ihr die beste Szene immer noch ever bei so einem Entertainer? Der fragt man nach, wie ist denn die Stimmung so? Und fängt dann so an mit, äh, zicke-zacke, zicke-zacke, hey, hey, hey. Zicke-zacke, zicke-zacke, hey, hey, hey. Äh, hip-hip-hurra, hip-hip-hurra. Der Adi ist wieder da. Sieg! Sieg! Und alle sagen heil! Oh, äh, das kenn ich aber auch. Ah, der Typ ist so geil drauf. Ich find das mit Sieg-heil, find ich so richtig nervig nach einer Weile. So. Die Kiste nehm ich jetzt mit. Happy? Und steil so unten hin. Ja? Willst du mir helfen? Ich bin grad Schweinetreiber. Ja, wollen wir ein Gehege für die bauen. Äh, das ist bei Nils. Alias Lava-Killer, alias Lava-Killer. Das ist bei Nils oben, glaub ich. Ich muss die irgendwo wieder hochkriegen. Schweinetreiber, alias Lava-Killer. Äh, Nils, wie soll ich die hochkriegen? Was denn? Ist da dann Durchgang da, wo ich die durchbringen kann? Äh, was denn? Ja, zu dir nach oben. Soll ich das Schweine bringen, oder? Ähm... Ah, bei mir ist grad schon richtig spannend. Gleich, ich muss... Ich muss noch schnell zur Hunde. Ja, okay, kannst du machen. Ich hab die aber jetzt schon. Peppi, hier hast du ne Karotte. Ah, jetzt ist der Stuhl bequem eingestellt. Äh, hä, hä. Ja, die müssen einfach nur mitkommen irgendwie. Deck deine Karotte weg. So, ich schau mal nach, wie Kürbiskuchen geht. Mach mal. So, jetzt geht's. Oh. Mhm. Los, Schweinchen. Komm her. Du willst es. Du willst es und du kriegst es. Ja, ich hab die anderen drei. Weißt du, irgendwas mit Weizen? Milch, Weizen? Du willst mal faul. Ich hol mal meine NDAB raus. Ja, mein Schweine hat Erfolg jetzt dir noch. Ähm. Ich würd sagen, wir machen jetzt einfach in Nils sein Haus rein, oder? Naja, schau, hier ist doch schon ein Zaun. Hier ist doch schon ein Zaun. Einfach alles in sein Haus erstmal reinstopfen. Es läuft, oder? Find ich gut eigentlich. Gut. Es läuft. Es läuft. Ähm. Gut. Das Schwein will nicht mitkommen. Ähm. So. Wo geht's hier rein? Nein, nicht in Zaun. Also, warte, da vorne. Da vorne hab ich ne Eingang. Pumpkin Pie, brauchen wir für den Kürbiskuchen, brauchen wir Zucker. Ey, komm mit, komm mit. Wir können uns Kürbiskuchen machen, und zwar nicht grad wenig. Was braucht man? Milch, Zucker? Äh, keine Milch. Man braucht für den Kürbiskuchen nur Kürbis, ein Ei, kein Weizen. Also wir brauchen Eier. Alle acht, alle neun Dinge ausgehört. Und Zucker. Wir brauchen Eier. Wir haben Eier. Drei, mindestens. Und? Geweils alles einmal. Achso. Heißt, ich kann jetzt vier Kürbiskuchen machen, denn ich hab vier Eier. Gut, ähm. In meiner Hose. Nils. Ja. Ja. Mach mal. Ja, warte. Ich craft schon ein Ding. Jetzt hab ich grad voll die Fangroup. Meine Fanbase eröffnet. Ja, da sind, hey guck mal, da sind deine drei Abonnenten. So, Abonnent. Abonnent eins, Abonnent zwei, Abonnent drei. Wir werden jetzt die Welt erobern. Erst mal ein Screenshot machen. Ja, wir wollen nach da oben. Wir werden es, äh. Juppi, ich hab Kürbiskuchen. Boah, Alter, machst du mal das Ding zu? Bin schon dabei. Boah. Ich pack gleich meine Melone aus. So. Hast du was zu essen? Ey, voll geil, wie die den Kopf hoch und runterheben. Ich, hey. So. Hey, komm doch her. Also ich kümmere mich mal um ein paar Affing Rezepte für Essen. Hast du was zu essen? Ich hab was zu essen, Nawal. Oh, eine andere Sache, die wir machen könnten, wäre... Die Melonenfarme hab ich einen Ticken erweitert, also mit Knochenmehl. Also ich glaub ich geh, ähm, Peppy, willst du mit mir jetzt noch diese Nacht... Kannst du mal... Warte, warte doch mal. Nein, jetzt, Nils, halt mal die Klappe. Wenn er anfängt zu reden, dann will ich auch hören, was er sagt. So. Oh, hi. Ich würd vorschlagen, dass wir diese Nacht, ähm, noch in der Wüste ein wenig Ender-Augen-Farmen gehen. Und, äh, bei Tagesanbruch, äh, gehen wir dann los. Und jeder, äh, also ich geh jetzt in die Wüste auf jeden Fall noch ein wenig, ähm, Ender-Zeugs-Farm und ein paar Skelette töten, damit wir noch ein wenig, äh, die Melonen-Farm ausweiten können. Also, ähm, aus, dass alle Melonen-Dinge halt, ähm, ausgewachsen sind. Ähm, ja. Äh, äh, wärst du jetzt ne Runde dabei? Weiß ich gar nicht. Ne Runde, äh, leveln gehen auch in der Wüste, also leveln halt einfach für Ressourcen. Also, irgendwie, weiß nicht, so. Ja, gut, dann mach ich alleine. Ja, auf Ender-Wenn hab ich immer keinen Bock. Achso, ja, die magst du nicht, ne? Ne. Alter, wie langsam die angreifen. Musst du nur mit der richtigen Technik rangehen, dann geht das schon. Ja, voll drauf. Die Technik, Thaddeus, die Technik. Ne, immer auf die Beine, dann porten die sich nicht weg. Da hinten ist meine Fanbase, die sich grad in meine Richtung bewegt. Das find ich zwar gar nicht geil. Kannst gar nichts, Alter. Hey, ich hab ein paar Skelette ins Gefangen. Ah, Peppy, hi. Ähm, ja, da ist ein Enderman, da ist einer, da ist einer. Ja, ich kill ihn schnell, okay? So, Junge. Es ist mega praktisch. So, ich bin jetzt offiziell mal so weit, dass ich diesem Handy mal auch anders hingehen kann. Ende Auge. Ende Auge. Äh, ei. Skeppar. Wär einer von euch so nett und würde mir Weizen vorbeibringen, dann kann ich nämlich ein paar Schafe holen. Bock auf ne Schaltplatte? Ja, stimmt, da hast recht, warte mal. Ja, zu spät. Voila. Oh, fertig mit dem. Da hinten ist noch ein Enderman. Krall ich mir. Ich mach mal noch ein paar Fackeln. Fuck. Ich spiel ein paar Spinnen, damit ich Fäden machen kann. Oh, mir fällt grad auf, ich könnte jetzt hier schon, äh, endlich nochmal... Alter, okay, okay. ...Hillstreaks installieren, weil ich jetzt, äh, endlich mit ner Forge-Version spiele. Das wär schon nice. Ich glaub, ich fighte mich jetzt hier erstmal durch. Alter, wie schwer! Zwei Skelette. Mega Rückstoß. Irgendwo hier ist bei mir ein Enderman. Und das ist nicht schön. So. Ja, schlag ihm auf die Beine. Bis das mit Melonen essen. So, ich muss danach auch gleich wieder nach Hause. Tschüss, Pappy. Boah, wie easy, Alter. Hast du gesehen, wie einfach der weg, äh, ich ihn gekillt hat? Was? So, ich hab schon zwölf Kuchen. Der Drago brannte. Alex, ich hab mir heute übrigens mal bei dein Ding Let's Play gegeben. Dein, wie heißt's? Wilder Princess? Genau. Oh, scheiße, hab ich dich geschlagen? Nee. Schönes Ding, schönes Ding. Gefällt mir. Oh, da hinten sind vier Skelette. Lass sie nutzen. Gleich, gleich deabonniert. Alex, deabonnieren, mach ich auch jeden Tag. Einmal kurz am Morgen abonnieren und dann... Was tust du? Ja, Alter, voll der Challenge. Was tust du? Hinter dir ist ein Creeper. Zwei Creeper. Alter, ist der gespickt. Ja, komm, die battlen sich grad untereinander. Soll die mal richtig knallen. So, weg mit dem. Oh, scheiße, mein Leben. Gut, Fernkampf. Ähm, Peppi, wie sieht's denn eigentlich aus mit deinem Haus? Ja, äh... Hänken bist du, oder? Ich war erst... Ich war erst auf Pferdesuche. Und das will ich ja jetzt nochmal machen. Alter, ich hab drei Herzen. So, wer will mit... Wer will jetzt mal mitkommen, damit wir mal jetzt, äh, neue Pferde holen? What the fuck? Waaah! Wie seist du, wie ich aussehe? Peppi, hast du was zu essen für mich? Ja, hab ich. Sonst ernähre ich mich grad mal von Zombiefleisch. Aua! Auaah! Auaah! Oh, wer ist es irgendwie?!